So, hallo, wir machen weiter bei Mario Maker. Noch ein, zwei, drei Parts, denke ich, und dann wechseln wir wieder zu Ori. Aber dann denke ich, bin ich auch wieder so ein bisschen reingekommen in das Ganze. Genau, ich habe das letzte Mal diese Superwelt von Rasierer gespielt und habe mir dann gedacht, ja, die restlichen Level, die jetzt alle noch kommen, können wir uns auch einzeln angucken. Dann haben wir nicht die ganze Zeit dieses Zwischengelaufe auf der Overworld und so weiter. Kostet alles Zeit, braucht man nicht. Deswegen gehen wir da jetzt einfach so rein und gucken, was los ist. Ich weiß nicht, ob es am Ende dann jetzt noch länger dauert, wenn ich hier immer wieder dieses Level neu wähle, aber ich glaube, ich glaube, dass auf der Overworld die ganze Zeit und so wird es doch am ehesten dauern. Glaube ich jetzt einfach nochmal. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, das war dieses Level mit den Spring-Dingern. Na, das war nicht so freundlich. Ach ja, und mit dem Kollegen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay. Offenbar gibt es ja auch kein... Oh mein Gott, es gibt ein Power-Up. Yo, das habe ich halt im Ding vorher nicht gefunden, ne? Oh. Ja, Nevermind. Aber das ist natürlich... Das ist natürlich schon mal wieder eine... Oh Gott. Das ist natürlich schon mal wieder eine interessante Information. Es gibt ein Power-Up. Er kommt zu Papa. So. Vielleicht kommen wir jetzt auch hier rüber. Ach. Halt. Ah, ich war wieder zu... Ach, jetzt ist wieder der Wind. Komm, geh weg. So. Oh mein Gott. Es ist... Das ist so knapp. Das ist so knapp. Und hopp. Ach, Mann. Das Ding ist halt, ich muss es jetzt auch noch mit dem Wind halt getimt bekommen. Ah. Und der Vorteil ist... Naja, der Vorteil ist natürlich, wir müssen nicht... Wenn wir jetzt in der Superwelt spielen würden, müsste ich das Level ja unbedingt schaffen. Aber... Ach, jetzt ist der scheiß Wind da. Alter. Ja, danke. Aber hier... Ja, nee! Alter. Aber hier... Geh weg. Geh weg, geh weg. Aber hier kann ich ja sagen, ich skippe ein Level, wenn es zu krass ist, ne? Ei, 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 ei. Hier kann ich ja sagen, dass ich... Entschuldigung. Aber da. Hier kann ich ja sagen, dass ich ein Level skippe, wenn es mir zu krass wird. Und das kann ich in der Superwelt halt nicht. Weil da muss ich ja das nächste Level schaffen. So. Und ich habe ja gesagt, ich habe die Superwelt ja probiert, bis eben zu dem Punkt, wo ich es nicht mehr geschafft habe. Und das war ja 2-2, glaube ich, ne? Also bei 2-2 war ich, glaube ich, Game Over. So. Okay. Es ist... Es ist egal, wann ich aufnehmen. Es ist egal, wann ich auf... Das gibt es doch nicht. Ich bekomme so selten E-Mails. Und immer wenn ich auf... Oh, guck mal, das war schon. Das war ja... Das war jetzt aber verglichen viel leichter als das erste Schloss. Okay. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Äh, der zweite Nachteil ist... Dass ich natürlich kein Power-Up mitnehmen kann, ne? Das heißt, äh, ich kann natürlich nicht... Äh, wenn ich jetzt mit dem Pilz hier rausgegangen wäre, hätte ich jetzt am nächsten Level einen Pilz am Anfang und könnte vielleicht eine Feuerblume ergattern. Aber das war hier natürlich nicht der Fall. Weil ich bin ja auch nicht mit dem Pilz rausgegangen. Ich wurde ja getroffen. Okay, jetzt gucken wir erstmal. Hier ist bestimmt irgendwas drin irgendwo. Okay, du bleibst oben. Ja, 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 ja. Tschüss. Okay, egal. Ah, jetzt kommen die auch noch dazu, natürlich. Muss ja bei SMB... Muss es ja auch die Teile geben. Und das war's. Jawohl. Ich hab langsam ein Gefühl für die Länge des Levels. Okay. Schöner, sanfter Einstieg wieder. Schöner, sanfter Einstieg. Zehn Sekunden... Okay, mich interessiert, ob ich die zehn Sekunden geknackt bekomme. Weil das war ja echt kurz. So nicht. Kann ich? Ja. Ja, das müsste gehen. Das müsste gehen. Oder ich spring drüber und dann hoch. Das könnte auch gehen. Ja. Okay, nicht so, nicht so. Nicht so. Ah. Ich muss dazwischen landen. Das mach ich jetzt nicht bei jedem Level. Mich interessiert's nur gerade hier. Weil es halt echt kurz... Ach, Bist! Weil es halt echt kurz war. Nein! Diese Zwischenlandung, die brauch ich. Genau die brauch ich. Äh, Böse! Nein! Ach, Mann, so wird es nix. Aber wie geht's denn dann weiter? Dann kommen nur noch die... Dann kommen nur noch die Sprünge, ne? Okay. Das müsste doch hinzukriegen sein. Äh! Nein, 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 nein! Alter! Da wollte ich nicht hin. Kleiner Sprung? Äh! Naja, ich hab kurz anhalten müssen. Ah! Nee, 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 nee. Hat das gereicht? Hat das gereicht? Das war noch nicht optimal. Das geht besser. Das geht besser. Aber es war nah dran an den 10, oder? Ah! Sehr schön. Okay, passt. Kann man noch locker brechen. Kann man noch ganz locker brechen, aber... Den hab ich mir jetzt mal gegönnt. Weil's so kurz war. so. Aber kann man noch locker brechen? Weiß ich. Ist mir bewusst. so... Ich dachte, ich kann da rein, wenn da ne Röhre ist, aber scheinbar nicht. Kann ich da wirklich nicht rein, oder bin ich einfach nur wieder Unfake? Okay, ich kann da wirklich nicht rein. Ja, was soll ich denn dann hier? Ach, ich muss mit dem Kollegen da hoch. Oh, okay. Alles klar. Hi. Und das war es auch schon wieder. Sehr schön. Das war es auch schon wieder. Jetzt wird es mich ja fast schon wieder reizen. Ach, Leute. Jetzt wird es mich ja fast schon wieder... Ich meine, diese 16 Sekunden, die sind doch locker zu knacken. Ich muss doch nur... Hä? Wo ist der Dude, der hier hochfliegt? Ach, der kommt aus der... What? Okay. Der kommt aus der Röhre raus. Ja, dann muss ich da warten. Okay, aber das war es dann jetzt ja eigentlich tatsächlich. Oh, Bruder. Okay, dann ist das... Ja, das ist eigentlich... Das ist eigentlich jetzt schwachsinnig, hier den Rekord zu holen, weil der... Diese 16 Sekunden waren halt auch nie ein Rekord. Also die waren nie auf schnell eingestellt. So. Eigentlich ist das jetzt egal. Aber jetzt habe ich es angefangen, jetzt bringe ich es auch zu Ende. Da wollte ich nicht hin. Mann! Ich will doch jetzt nicht für mich ewig hier aufhalten. Ich will doch nur ganz kurz den Rekord holen. Komm raus, da. Noch ein Sprung. Jawohl. Und dann... Ah! Da muss ich nochmal... Da muss ich nochmal stoppen. Da muss ich nochmal ein bisschen stoppen, kurz. Oder so. Oder... Oder über den Goomba. Über den Goomba ist eine gute Idee, aber da muss ich einen Blindchamp machen. Da muss ich einen Blindchamp dann machen. Das ist auch nicht so optimal. Aber vielleicht ungefähr so... Ja, okay, das ist das... Nein! Nein! Mist, das geht viel besser, aber ist jetzt egal. Der Rekord ist erstmal da. Ach, Mann! Ich will mich jetzt auch eigentlich echt nicht... Ich will mich jetzt echt nicht an jedem Level an dem Rekord aufhalten, weil das... Das ist natürlich... Ich will eigentlich ja vorankommen, was die Level angeht. So. 3-3. Dann machen wir jetzt keinen Rekord mehr. Der ist jetzt bei 30 Sekunden. Oh, das ist... Oh, das ist schwimmen. Oh, das ist schwimmen, ne? 2-3 schwimmen. Ja, 3-3 meine ich jetzt schwimmen. Bäh! Nein! Geh weg! Ich hasse dich! Mann! Oh Gott, das wird so... Och, nee! Jetzt muss ich das so... Ja, nee! Läh! Bruder, was? Okay. Dann halt so. Das war ja weird. Okay, das war's auch schon. Puh. Bitte keinen Tod jetzt mehr. Nichts Gefährliches, einfach nur ins Ziel. Danke. Oh mein Gott! Alter! Puh. Okay. Okay, okay. Kann man... Kann man akzeptieren. War doch ein verhältnismäßig nettes Wasserlevel. So. Drei Schloss. Oh, kein Pilz. Okay. Da oben ist ne Reset-Tür. Äh, okay. Hä? Ach, das ist jetzt sozusagen so ein... Ah, okay. Ja gut, das kann man dann ja vorher nicht wissen. Das ist dann wirklich nur raten. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil dafür gibt's ja die Reset-Dinger. Ach, diese scheiß Pflanzen, die da rauskommen. Okay. Aber krieg ich einen Pilz hier irgendwo? Nein. Schade. Mach dich weg. Es war vorn... Ich denke, jetzt ist es unten. Och, nee. Unten, Mitte. Ja. Unten, unten. Okay. Nein, 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 nein. Unten, unten. Alles unten. Bruder. Ja, und jetzt muss ich wieder über den Kollegen springen. Ach, Gott. Da, wenn man jetzt halt mit einem Pilz reingehen würde, ne? Dann könnte man hier natürlich... Dann könnte man hier natürlich besser... Aber ich weiß, ob's hier irgendwo einen Pilz gibt. Ich glaub nicht. Lösch' dich. Scheiß Fisch. Hüpf. Boah, Gott, war das knapp. Okay, sehr schön. So, wir sind bei... 14 Minuten, wenn ich's richtig sehe. Okay. So, zack. Weiter. Und sind bei 4,1 angekommen. Aber bisher war nicht so schwer wie dieses 3,3. Das 3,3 war echt fies. Okay. Und das war's auch schon wieder. Toll. Ah, das war's doch noch nicht. Okay, hat's so gewirkt. Bruder. Diese Pflanzen, ne? Na, ah, schade. Okay, das ist ein bisschen länger jetzt mal wieder. Aber ist ja in Ordnung. Sagt ja keiner was dagegen. Och, Mann, ich... Fall immer wieder auf diese Pflanzen rein. Das ist so traurig. Ey, jetzt ist die da... Mann! Das ist die gleiche... Der gleiche Koopa. Das ist genau der gleiche Koopa. Haaa. Aber bin ich hier nicht vorhin schneller? Ja, doch. Okay, da kommt man doch schneller drüber. So. So. Mann, ich... Will halt schneller da lang. Jetzt ist aber Ziel. Jetzt ist Ziel. Sehr schön. Das war sogar verhältnismäßig schnell. Habe ich zufällig den Rekord mitgenommen? Oder hat jemand den schon perfekt zoniert? Oh, okay. Never mind. Da hat sich schon jemand mehr Gedanken drum gemacht. Aber es war nicht langsam, hätte ich jetzt gesagt. Okay, mehr Eislevel bitte ohne Wind. Ich sehe schon wieder dieses Nachtthema. Da könnte schon wieder Wind vorkommen. Okay, kein Wind. Ach, aber der Kollege da oben. Oh, Bruder. Jetzt wird's interessant. Oh. Äh. Der Kollege wurde gekillt. Auch interessant. Jetzt könnte aber hier dann ein Power-Up sein. Nein? Okay, dann halt nicht. Ah, der, 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 der... Mann! Der Schneeball killt den. Da habe ich nix dagegen. Die Frage ist, wann geht das Ding weg? Okay. Aber das war doch, äh, einfach. Gut, 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 gut. So. Vier, drei. Oha. Hau ab. Ja, immerhin. Okay. Ach, Junge. Was mache ich denn hier für ein Quatsch? Äh, pff. Da kam noch mehr raus, als ich wollte. Nein. So, jetzt aber. Keine Ahnung, wo ich lande. Okay. Das war ein Glückslander. Oh, das ist jetzt schlecht. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Ich muss da hoch. Okay. Heiei, 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 heiei. Und Abflug. Sehr schön. Das war auch wieder verhältnismäßig schnell. Also, wenn jetzt jemand nicht zufällig den Rekord schon bewusst aufgestellt hat, könnte ich mir vorstellen, dass ich zumindest nah dran bin. Ja, okay. So. 4, 4. 4, 4. Oh, das ist eine niedrige Abschlussrate. Was hast du mir hier gebaut? Kein Power-Up? Wirklich nicht? Oha! Alter! Die sind ja wirklich kritisch versteckt, Mann. Oh, Gott. Ey, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist nochmal, äh... Das ist wie im Original, dass sich die Dinger wiederholen, weil das hier ist das erste Schloss. Das ist das erste Schloss. Aber jetzt halt in schwerer. Mit längeren Feuerdingern und so. Ja, 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 ja. Genau. Und jetzt kommt da hinten dieser eklige Sprung. Jetzt kommt da hinten dieser ganz eklige Sprung, genau der. Ah, das ist... Okay. Da wäre ich echt gerne groß. Was ist das für ein versteckter Pilz da oben? Nein. Oh, Mann. Bruder! Ja, das war's eh hier an der Stelle. Der ist viel zu hoch. Der ist viel zu hoch. Das muss ich anders machen. Ah. Ah. So. Yes. Nein! Ach. Das Random Feuer hat mich mitgenommen. Nee, das... Ach, Mann, das haut immer nicht hin hier. Ich bin ja froh, dass ich den Pilz überhaupt gefunden habe. Sonst käme ich da wahrscheinlich gar nicht durch. Bitte nicht jetzt random Feuer. Okay, 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 okay. Nein! Er springt nach hinten. Boah, ich wär's so gern mit einem Pilz an der Stelle, na. Kriegen wir das irgendwie hin, da mit einem Pilz hinzukommen? Okay, okay, okay. Die Chance ist da. Die Chance ist da. Ja. Scheiße. Scheiße. Okay, am Feuer kommt man mit Pilz vorbei. Nein, 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 nein. Okay. Und jetzt runter. Okay, sehr schön. Perfekt. Mann! Oh. Jetzt hat das wieder nicht funktioniert. Ärgerlich. Aber das könnte klappen. Ich muss halt den, den muss ich überspringen. Den muss ich überspringen. Dann klappt der Rest. Okay. Ach, dieses Scheiß-Random-Feuer. Nee, ich darf da noch nicht drauf. Außer ich springe sofort weiter, dann ging's, glaube ich, ne. Und jetzt hopp. Okay, sehr gut. Jetzt kann ich wieder hinkommen. Weil dieses Feuer lässt sich ganz gut... Oh, nee! Ich protestiere. Das ist mir noch nie passiert. Geh weg! Hm. Okay, hopp. Ach. Menno. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Neeet. Neeet. So, weg mit dem Feuer. Okay, wir sind wieder hier. Okay. Oh mein Gott. Gott. Ei, ei, ei. Da muss ich den Trick mit dem Pilz nicht noch weiter probieren. Ui, ui, ui. So. Oha. Da habe ich den jetzt mitgenommen. Das hätte ich jetzt wiederum nicht erwartet. Okay. So, 5-1. Halbzeit. Ach. Warum Scrolling? Nee, stopp, stopp, stopp. Wohin, wohin? Oh. Okay, das war's. Puh. 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 Hei, eui, eui. Zum Glück war das echt kurz. Niemand braucht Scrolling-Level. Vielen Dank. So. 5-2. Oha, 53 Sekunden Weltrekord. Was ist das denn jetzt für ein langes Level? Ach, nochmal Scrolling. Ja, gut, dann ist das die halt... Äh, ja, ho, ja, okay. Dann ist das halt die Zeit, die man dafür hat. So, nach dem Motto, schneller wird's nicht. Oh, oh, ich hoffe, ich bin nicht zu bald darauf. Nein, passt. Passt soweit. Wohin, wohin, wohin? Äh, okay. Äh, warum hat er los? Hä? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Ich hab das jetzt echt nicht verstanden, warum er losgelassen hat, ne? Das ist frech. Okay. Okay, das muss ich anders machen. Aber ist das jetzt die Scrolling-Welt oder, oder, oder was? Nein, das war viel zu bald. Aha. Viel zu bald. Das war's, war ich mir nicht. Das war's. Ich hab das. Okay. Was ist das? Ah ne, da kommt wieder der, ach scheiße, der kam, ok, zweimal auf der Seite. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, dass es, ach man, dass ich viel zu bald springe. Ich muss mal was ausprobieren, ich hab da ne Idee, beziehungsweise ich glaube, etwas gesehen zu haben. Aber es kann auch nur Zufall sein. Ne, ich dachte, hier ist ein Block, schade. Schade, kein Block für mich. Aber zu bald geht nicht und zu spät geht auch nicht. Nee! Schade! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön Eui, 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 eui Okay, 5,3 Wir sind bei 32, lese ich das richtig? Ich hoffe ja Äh, äh, hallo Guter Sprung Ich will das habe Wieso kann ich, hä? Kann ich nicht springen in dem Wasser? Bin ich jetzt dumm? Das ist doch normales Wasser, oder nicht? Achso, mich zieht es erstmal so ein bisschen runter Oha Mich zieht es böse runter, ist das normal? Aber wie komme ich jetzt an den Block hier ran? So komme ich hier ran, okay Ja, den nehmen wir natürlich gerne mit den Kollegen So Jo, flacker Wasser, alles klar Ja, okay Hätte ich verhindern können Ähm Jetzt wird es kritisch Ja, wie, wie, hallo? Oh Gott Achso Mach dich weg Was ist hier? Ah, wow Okay, okay, das war's Puh Okay Das passt doch soweit Du, 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 dumm Weiter im Programm Schloss 5 Hat wieder eine deutlich höhere Abschlussrate als das letzte Schloss Naja, wenn jetzt theoretisch die anderen Schlösser auch wiederholt hat Nee, das hatten wir noch nicht Glaube ich Oder doch Oder hatten wir sowas ähnliches als weiß ich es nicht Könnte es sein, dass wir sowas ähnliches hatten Oder ich mich jetzt einfach nur Weil es ja natürlich alle ähnlich sind Grundsätzlich die Schlösser vom Konzept her War das so ähnlich wie das zweite Schloss? Ich habe keine Ahnung Ich weiß es nicht mehr Haben wir erst in dem Video gespielt, aber ich weiß es nicht mehr Egal Ist völlig egal, ob es dieses Level endlich schon mal gab Wichtig ist es zu schaffen Da, um geht's Okay Jetzt müsste doch gleich Ja, oh mein Gott Okay, die Frage ist Gibt es hier irgendwo ein Power-Up? Nee Oh, da Okay, es könnte Okay, da nicht Bei der anderen Lücke könnte noch ein Block drin sein Rein theoretisch Müsste man mal austippen Weil welchen Grund sollte es sonst geben, da runter zu gehen? Wenn da nichts ist und ich mich jetzt da die ganze Zeit aufhalte Bin ich sauer Bin ich sauer Aber auf mich Hier ist nix, ne? Hier hätte auch noch was sein können Nee, okay Okay Nee, okay, da ist nix Gut Wieso sollte man für fünf Münzen da runter gehen? Warum? Na gut, in der Superwelt bedeuten Münzen theoretisch Leben Na, also Aber da verliere ich ja eher Leben Da verliere ich ja eher potenziell viel mehr Leben Als dass ich da runterkomme Für fünf Münzen So, aber gut Das ist halt dann Die Challenge Für die Experten Die Challenge No 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 Aye 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 No 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 Okay, so. Jetzt schön langsam. Ich kann da nirgendwo vernünftig stehen. Er muss jetzt springen! Nein! Nein, das war die Chance. Das war die Chance. Und ich hab's vergeigt. Ich bin zu ungeduldig. Aber ich hab auch... Ich hab keine Lust dazu warten. Ich muss die doch überspringen können. Gibt's doch nicht. Ey! Das hätte ich jetzt ruhig zählen lassen können als Treffer. Also Treffer vom Gegner, nicht von mir. Yes! So muss das. Schön schnell hier durch. Und spring! Oh mein Gott, das war clean. Das war richtig clean. Komm, Weltrekord. Yes! Das war wirklich clean. 6-1. Zwei Welten noch. Ne, drei Welten noch. Geh weg! Och, nee. Geh weg! Oh Gott, noch einer. Ach! Oh Gott, das... Oh, das wird... Das wird nervig. Ja, perfekt. Aber ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Erstmal guck' ich mir nach nem Pilz um. Schade. Oh, Bruder, der... Oh, der springt auch. Ja, ja, genau so. Genau so. Das war der Plan. Okay, muss ich in die Röhre da hoch? Oh, äh, okay. Ich geh einfach drüber. Ist in Ordnung. Geh weg! Geh, geh weg! Oh Gott, ich hoffe, der macht mir keinen Ärger jetzt noch. Okay. Ich muss in die Röhre hoch. Okay, alles klar. Ach, komm schon. Ich bin drüber und nicht rein. Also, ich muss in die Röhre. Ist in Ordnung. Ja, wir haben ja gesehen, dass es grundsätzlich funktioniert. Wie schnell willst du wieder rauskommen? Ja. So, und jetzt? Die Frage wäre halt, ob es jetzt noch irgendwo einen Pilz versteckt gäbe oder ob ich einfach gehen kann wieder. Aber ich würde jetzt mal sagen, hier gibt's nix weiter. Okay. Was ein bescheuertes Timing von mir, ey. Was ein bescheuertes Timing von mir. Wie schützt das? Es ist nicht richtig? Was das ist, was ein bescheuertes Timing von mir. Was das? Sehr schön. Aber guck mal, da oben sind auch Blöcke. Wie soll ich da rankommen ohne Pilz? Ja gut, wenn man den Pilz aus einem anderen Level hier mit rein nimmt, ne? Das kann ich aber in dem Modus nicht. Ah, hier ist jedenfalls keiner. Ne, da ist nix. Weil dann könnte ich die kaputt machen, aber so, ne, ist egal. So. Du kannst mich mal. Haben wir es jetzt bitte? Nein, ich hab keine Ahnung, wo ich... Ach, komm, ich darf schon. Ich muss mit den Dingern, okay. Das wusste ich nicht. Okay. Hier könnte man auch einen Pilz übrigens... Nee, auch nicht, okay. Ich habe es versucht Also dann muss ich die alle drei hier mitnehmen Jetzt habe ich nur zwei mitgenommen Reicht das gerade nicht Aber es könnte reichen Oh 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 Ja, das reicht. Und jetzt Ziel, bitte. Bitte Ziel, yes. Okay, wir sind bei 46. Ja komm, Welt 6 machen wir noch zu Ende. Welt 6 machen wir noch zu Ende. Außer die sind jetzt alle so böse, die Level. Dann machen wir vielleicht hier einen Break. 6, 2. Pilz, Pilz, Pilz. Kein, Pilz. Och ne. Ja, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Da war ich zu gierig. So, mach dich weg. Okay. Da konnte ich nix mehr tun. Jetzt weiß ich, dass ich da unten bleiben muss. Na. Das war nicht der Plan. Der Plan ist, so lang wie möglich oben zu bleiben, dass die Dinger nicht schießen. Perfekt. Hat gut funktioniert. So, jetzt aber. Unten bleiben. Okay. Okay. Was kommt jetzt noch? Geht weg. Geht alle weg. Okay, das war's. Nice. Bitte kein Gegner mehr. Nice. Okay. Ja, den nehmen wir mal einfach wieder mit. Ist aber locker zu brechen noch. So. 6, 3. Oha, die Abschlussrate. Was ist denn das jetzt wieder? Was ist denn das jetzt wieder? Okay, es gibt tatsächlich mal wieder einen Pilz. Oh, yo, 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 yo. Alles klar. Das, äh, da wollte ich zu hoch. Halt, wo war denn der? Hier, okay. Mann! Die kommen immer so schnell wieder. Das ist doch unfassbar. Ähm! Wie gesagt. Oh je. Oh, wait. Aber wenn ich jetzt den Pilz noch habe, dann kann ich doch hier auch... Ah, du bist frech. Okay, da wäre offen. Da wäre wieder offen. Interessant. Was ist das denn für ein Sprung? What? Hä, geht der Sprung? Hey, der Sprung geht doch gar nicht, oder? Aber, 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 aber. Ich kann hier die Röhre da rein? Hä? Soll dieser Sprung möglich sein, ja? Oha! Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja krass. Yo, hier ist einfach nur... Piranha hell. Ey, das ist jetzt... Oh Gott. Oh mein Gott. Bitte, bitte Ziel. Bitte direkt Ziel. Bitte direkt Ziel. Nicht nur noch irgendeinen Scheiß. Okay. Eui, 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 eui. Da ist noch eine Meldung aufgetaucht. Ich klicke die mal gerade weg. So. Ah, meine Güte. Okay. Schloss 4. Oh Gott, die Abschlussrate. 2%. Ah, das ist jetzt der Quatsch wieder. Also, vorhin war es oben als erstes, ne? Oha, jetzt stirbt man einfach, wenn man falsch wählt. Was ist das denn? Und dann war es Mitte. Ich hoffe, es ist jetzt einfach der gleiche Weg. Okay, aber hier stirbt man immerhin nicht. Ach, lol. Sieht gut aus, okay. Okay, aber bisher geht das. Bisher geht das. Vor allem jetzt sollte ich in der Lage sein, meinen Pilz zu behalten. Soviel dazu. Spreng! Nein! Ich hasse es so sehr, wenn er sich noch umdreht. Okay. Aber kriegen wir hin. Könnte sogar locker machbar sein mit Pilz. Okay, soviel dazu. Aber könnte trotzdem machbar sein, mit Pilz bei ihm anzukommen. Und dann wäre nämlich das Ganze einfach nur durchdäschen und fertig. Wie schnell willst du wieder rauskommen? Ja. Oha. Okay, da wollte ich zu viel. Ist in Ordnung. Akzeptiere ich. Nie. Das war eh nicht so die beste Idee. Ja, schade. Ich hab's gedacht, vielleicht geht's, wenn ich schnell bin. Aber geht nicht. Jetzt haben wir halt wieder das Problem, dass ich klein bin. Brut. Ah, dieses Feuer. Ach, dieses random Feuer ist so sch... Perfekt. Ach, ich hab vergessen, dass die auch noch rauskommt. Jetzt bin ich wieder ungeduldig. Okay, wir haben den Pilz. Wir haben den Pilz. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein verfluchter Trottel. Wir haben den Pilz. Wir haben den Pilz. Wir haben den Pilz. Wir haben's geschafft. Ja, ist egal. Ist egal, weil ich dash einfach durch. So. Oh mein Gott. Oh. Die zwei nächsten Welten beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Zum Schluss nehmen wir nochmal einen Rekord mit. Und tschüss.